Hallo, das dritte Stück, Leben heißt es, handelt davon, dass man nicht mit dem Finger auf die Leute, die sozusagen am Rand der Gesellschaft leben, zeigen sollte, denn kein Mensch hat sich absichtlich dort hingebracht und niemand von uns ist davor gefeit, dass einem auch irgendein Schicksal passiert und plötzlich, ehe man sich versieht, landet man dort. Ja, das Stück heißt Leben und viel Spaß. Er weiß, dass sie glauben, sie wüssten wie er und wie es ihnen nie passieren könnte, das hat schon so mancher gedacht. Das Leben ist hier, das Leben ist heut, denn schon morgen bist du vor nichts mehr gefeit. Das Leben ist hier, das Leben ist jetzt und es ist so schnell vorbei. Das Leben ist hier, das Streben nach Glück fängt jetzt an und nicht gleich. Das Leben, das Leben hat so viel zu geben und noch viel mehr zu nehmen. Siehst du das Mädchen im Rollstuhl dort vorne ins Schaufenster sehen?